So, in der letzten Folge den frostigen Käse halten. Jetzt haben wir das reingeworfen, jetzt probieren wir noch einen neuen Start. Schau mal rein. Okay, geht schon mal nicht. Ich kann mir überlegen, wenn die Bauern sind, so. Ist denn der Boomerang? Ja. Stand da irgendwas Spitzes zusammen? Okay, das passt schon mal nicht. Hm. Ba 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 da ba ba ba. Okay, und dann den nochmal. Start. Ist gar auch rein, die Kacke. Okay. Schlechte Kombination. Ah, dann können wir Arzneien darstellen. Dann machen wir die Arzneien fertig. Äh, zick, zick. Jo, starten. Alles klar, weitermachen. Dann haben wir wenigstens fette Arzneien mitten im Kampf. Bling, bläu. Bäh, 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 bäh. Au. Bäh, 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 bäh. Bäh, 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 bäh. Nix. Ah, da war noch ein Beutelchen. Egal, gleich, wenn wir reingehen. Schöne Aussicht. Hallo Ommachen. Also, Toba hatten wir schon an. Wenn ihr nichts mehr zu bieten habt für mich, dann gehe ich wieder rein. Hier am Ecke kümmern ich. Okay, dann gehen wir wieder rein. Da war ja noch am Ecke ein Beutelchen. Mit Glärtenbrille. Okay. Ich glaube, die hatten wir auch für ein Rezept vorgesehen irgendwo für Giddies. Jetzt gehen wir das Haus hier noch rein. Auch nicht in die Hängematte. Sollte mal vielleicht so ein bisschen drehen. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar Töpfe. Ah. Magie Magie Samen. Ne. Penne ich hier nicht. Tschüss. Was würde ich sagen? Teleportation in Prinzessin Mini Schloss. Ne. Da kann ich nicht. Da muss ich nach Picke. Jo. Gehen wir rein. Oh, die Tassatur ist schön drinbleiben. Jetzt müssen wir da zum zum Oberhaupt. Und dann trainieren wir gleich noch runter schon mal. So, für uns. Mit euch. Und dann trainiere ich für mich selber privat. Damit das halt auch ein bisschen weiter vorangeht. So, bis, weiß ich nicht, was haben wir? Aha. Ein, zwei Level auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall das Geld zusammen. Oh, mit Auferstehung. Ja, ich bin lebendig. Ich wollte Angelo. Ja, siehst du, das ist teuer. Bitte schön. Einmal auf, danke. Jetzt probieren wir mal. Ah, die neue Chance. Ah, die neue Chance. Alles klar, danke. Das ist nämlich gleich das billigste für uns. Zwei Mana-Punkte, einmal pennen, dann sind alle wieder aufgefüllt. Hm, 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 hm. Nein, es wird's Nacht. So, einmal kurz was weggeklickt. Tada. Okay, Randa. Und dann, haja, machen. Ach, das wird sehr gut. Ja. Na, so. Jetzt können wir entscheiden, aber ich glaube, wir trennen ihn hier. Obwohl. Ich geh nach Neos. Bin ich direkt in der Stadt. Oh, älter. Genau. Stoßt dir den Kackkopf. An die Decke. Okay. Mach's jetzt. Jawohl, es geht. Äh. Äh. Könnt jetzt noch nicht speichern hier, ne? Äh. Ich geh nochmal mal mit dem Laden hin. Ich muss beim schauen, was ich so brauche. Waffen brauche ich gar nicht mehr. Glaube ich. Ne. Waffen brauche ich nicht mehr. Was dick brauchst du das hier. Okay. Wir brauchen einerseits, äh, einen Block, wo ich es eben drauf schreiben kann. Da. Ein Blatt Papier. Ein Blatt Papier. Wir brauchen einmal. Äh. 3.200. Dann brauchen wir nochmal. Warum? Ach so, ich habe mehr gemacht. Okay. Ich brauche einen davon. Einmal. 2.052. Und zweimal. Das sind 5.000. Plus 7.000. Jo. Ich glaube, die Wette gilt, würde ich sagen, ne? Dann haben wir so 12, 15, 17.450. Jo. Dann würde ich sagen, ich trainier mal ne Runde, ne? Weil das ist teuer. Dann, Prost. Äh. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Egal, wir trainieren mal ne Runde. Dude. Wow. Oh, ich will das neu was probieren. Das kostet auch null. Mögen wir mal den hier. Man weiß mal, den Einzelnen versuchen aber, die Gruppe zum Schlafen zu bringen und den Einzelnen zum Schlafen zu bringen. Gute Nacht. Oh, das ist gut, dass die schon mal schlafen. Merkurstoß. Merkurstoß. Das, ähm. Ne, mach mal knack. Und hier machen wir ne Mega-Stärkung noch. Nein, der wacht wieder auf. Der kann ruhig grad wieder schlafen gehen. Knack. Obwohl. Mega Stärkung. Bidim. Bidim. So. Wir haben unser Glück. Oh, einen Schaden noch. Der ist fucking awesome. Resistenz. Der wacht auf und kriegt direkt was in die Fresse rein. Oh. Na, bist du verliebt? Bitteschön. Jetzt nicht mehr. Okay, die Sache hat sie geklärt. Es geht ganz einfach hier. Oh, noch eine Goldschiene. Oh, gucken wir mal, ob wir noch so einen Fight kriegen. Oh, Plim Plim. Der hinten ist so ein Golem, habe ich gesehen. Plim Plim. Und die? Ja, starten. Mit Zicke. So, wenn das im Kästenbruch hat. Geben wir mal. Gebrüll da hinten hin. Ei, komm her. Steinreiche. Bin ich voll dafür. Ne. Die macht, äh... Ein Knack. Und der versucht jetzt mit Schlummerfall immer drauf zu gehen. Bitte, nein. Knack. Knack, knack. Wow. Alter Schwede. Das hast du falsch gemacht, mein Freund. Äh... Wir versuchen mal gehen und versuchen den Schlummerfall. Eins davon muss funktionieren. Nein. Er bleibt wach. Jawohl. Und wir können... Erstmal ein bisschen natzen. Das war ich im Moment mit Donnerstoß. Das... Obwohl, ich mach mal den. Doch. Die kann Jessica... Beschleunigung machen. Angelo kann... Mega Stärkung. So, eine Beschleunigung hinterher. Ach, Kröchenrappel. Nochmal Versuch. Nochmal eine Beschleunigung. Und jetzt vielleicht... Äh... B-b-b-b-b-b-b-b-bam. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Okay, versuch einfach. Das gibt's nicht. Okay, schläft noch fester. Das ist super. Können natürlich auch jeden Moment aufwachen. Die Bubis noch einmal. Das wird auch der letzte Fight sein. Das wollen wir noch knacken. Ne, wir machen... Äh, eine Schwächung. Und setzen nochmal die Stärkung auf Cengiz. Ach, natürlich auf. Probieren wir's nochmal. Au. Ne. Was hab ich denn... Ach, so Kampfschrei. Warte mal. Stiel, Sichel. Knack. Und Schlimmerfeil. Geh bitte pennen. Jawohl. Ha, 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 ha. Yes. Aber wenig Geld. Goldmünze. Natürlich. Häm' ich gerne auf. Äh, ja, tschüss. Ja, einsame Ede. Gut, wir haben den Stein Reich bei uns doch mit reingenommen. Da würde ich sagen, ich trainiere, spare auf dies, das Geld. Und dann sehen wir uns halt in der nächsten Folge beziehungsweise in der nächsten Aufnahmesession. Bis dahin, euer Flash andere dropping. Und vergiss nicht, unten ist mein Trigger-Link eingeblendet. Und bis dahin. Tschüüüüüüüüüüüüüüü